Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Felix heute, wie ich schon angekündigt habe, wünsche ich mir zum Ostern ein Longboard. Ja. Ja, ja. Und wir möchten heute, also wenn ihr bei Felix vorbeischaut, ich werde verlinken zu dem Kanal, denn wenn ihr da vorbeischaut, dann werdet ihr schon ein oder zwei Videos sehen über Longboard. Ja, ich habe zwei, ich habe noch eins gemacht, wo man, da habe ich erzählt, welches Longboard wir nehmen sollen. Genau. Und eins habe ich, das ich gesehen habe, war zehn Longboard. Ja, das ist alles. Und heute möchte ich einfach noch ein ganzes Stück, kurz mal zwei, ich glaube mal kurz ein bisschen, so ganz schön, wenn ich einen kleinen Longboard bin. Juuuuhhhhhh. Also, Gregor. Geht's grad weg? Ja. Ich habe sicher von Anspruch seit einem Infanter. Weißt du denn wirklich? Ich war mal witzig. Ich trinke Fanten, weil man geht zu sich immer Fuller und ich bock den Fuller auch. Das ist mein Longboard. Meins kann man nicht sehen, weil ich erst gekauft habe, dass es unter dem Internet steht. Aber es hat rote Reifen. Ja, es hat rote Reifen und oben ist es ganz normal wie ein Skateboard, weil es ist ausgeschnitten. Ja, es ist halt oben wie so ein Skateboard. Ja, es ist halt oben wie so ein Skateboard. Ja, die Oberfläche. Ja, genau. Die Oberfläche ist wie so ein Rau-Skateboard. Und unten ist so ein Sonnenfensterne. Halt Sonnenuntergang, Sonnenfensterne. Okay, das waren jetzt mal die ersten Faxen über uns bei Longboard. Felix würde vielleicht noch ein Video machen. Ja, genau, ein Video machen. Vielleicht würde ich sagen, hast du, bestellst du eins oder? Na, ich hab schon, weil mein Papa, wir haben es gestern gehabt. Ihr habt 30 Euro dazu zahlen müssen, weil es 310 Euro kostet. Ja, bravo. Meins kostet einfach nur einer. Ja, genau. Sie kriegt auch eins. Sie kriegt auch eins. Sie kriegt auch eins. Sie kriegt auch eins. Meins ist übrigens auch aus puren Holz, also oben aus Eisenholz. Bei mir ist die vordere Achse verbogen, aber dann habe ich nachgefragt, warum es so ist. Und dann hat er gesagt, ich will mit der Zeit wieder leicht sein. Und man muss die Dinger auch wechseln. Das wird, glaube ich, nicht mit der Zeit wieder leicht sein. Doch, wirds. Ja. Ich glaube nicht. Wenn, wenn, dann geh ich halt wieder hin. Ja. Ja. Freue ich halt wieder hin. Und dann hat er unten so ein LED-Lichter. Dann hat er es unten verlinkt. Das kann man auch mit Amazon bestellen. Ich kann gleich. LED-Lichter? Ja, unten hin. Ich weiß nicht, in der Nacht, dass wir das erfahren haben. Hä? Ja. Dann bringt sie das unten im Langenbad. Das machen die meisten. Ja, dann sieht man unten. Ja, wieso klingt das? Das sind Glowboards. Ja. Hast du das nicht leidbart? Nein, Glowboards. Okay. Aber irgend so ein, das sehen wir so. Oder irgendwer mit der Paisi. Oder irgendwer so. Das ist die Dinger. Ja. Wir haben, glaube ich, so ein komisches Fleisch. Nein. 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 Wir werden vielleicht noch ein Video machen, weil wir heute nachher vielleicht können wir ja so eine Langebote setzen und so Internet rausfinden. Ja. Ja. Wir haben eine solche Chance. Ich schaue es bei ihm vorbei. Weil er ist ähm, bei mir ist jetzt schon lange kein Video mehr gekommen. Ich habe außerdem einen Livestream gemacht und dann einen aufgeschüttet und dann flöscht. Jetzt hast du bei mir mal eben ein Video gemacht und noch alles gelöst. Ich war dann bei mir ziemlich nervig, weil wenn man einen Livestream macht, der hat mal einen Ausdruck und 30 Minuten dauert, so lange hat meine Dauer vermeintraut. Ja. Dann ist das schon ziemlich schön. Nee. Aber ich habe es dann nicht nochmal gemacht, weil... Weil das dauert lang an. Ja. Es dauert drei Stunden Minecraft. Ja. Dann dauert drei Stunden Minecraft. Das ist nicht so optimal. Weil irgendwelche Planeten... Der wird oft mal leer in den Händen. Ja. Und dann soll er mir in der Ladekoppelern und so... Weil ich will ja mal sehen, weil ich glaube, das ist jetzt noch da. Aber da komme ich jetzt noch. Und... Und... Ich hoffe... Ich habe das Video gefallen. Mit Langwort. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.